Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg, 2. Bundesliga 2023-2024, 2. Bundesliga, SV Elversberg gegen Hansa Rostock, Ergebnis 1 zu 2. Startelf von SV Elversberg, Christoph, Flauer, Signeger, Coria, Neubauer, Jakobsen, Sahin, Pfeil, Paulstock, Rechelt, Fekir, Startelf von Hansa Rostock, Kolke, Nikart, Kreisbach, Rostspiel, Strauss, Rissell, Schmisch, Mascher, Baumann, Frühling, Elkazon, Brügger. Das war's von SV Elversberg gegen Hansa Rostock, 16.40 Uhr.